Joggen Sie immer nackt. Ja. Und immer mit Kondom. Machen Sie den Beutel gut zu, drücken Sie es schön flach und frieren Sie es tief. Und wenn der Nachbar dann in Urlaub geht, dann können Sie die Tiefkühlkacke aus dem Beutel in den Briefkasten. Viagra hat auch einen neuen Werbeslogan. Wir stellen die Weichen. Einer von meinen vielen Tanten, die sich über mich beugten und Dinge sagten wie, Ja, wo ist er denn? Habe ich in den offenen Mund gepinkelt. Ja. Ja.